Herzlich willkommen wieder zu einer Nasenkorrektur ohne OP. Diesen Eingriff führen wir, glaube ich, in Deutschland auch am häufigsten hier durch, vor allem bei unterschiedlichen Nasen. Deswegen zeigen wir auch unterschiedliche Nasentypen und die Korrekturen hierzu. Und hier ist auch eine fallende Nase mit einem leichten Höcker nicht immer. Man muss das Ergebnis sehr ausprägend sein. Auch leichtere Korrekturen können hier zu einem sehr schönen Erfolg führen. Und das kann man hier in diesem Beispiel hier sehen.